Einsturzgefahr in Fürth. Let's go. Dringend zu renovieren. Das Gebäude ist komplett am Ende. Die Schule an sich ist brauchbar. Hab mich mit den Mäusen im Gebäude angefreundet. Sehr nette Gesellen. Netter als manche Lehrer. Ganz nett, man muss nur aufpassen, dass man die Decke nicht auf den Kopf bekommt. Füttere die Mäuse im einbrechenden Gebäude gerne. Geile Schule. Geiles Asbest. Top. Bis denn, Antenne.